Der Feind ist dem Feind gelungen, die Front in breiter Formation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Starnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Frohnau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer, Steiner, Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Es bleiben im Raum, Keitel, Jodl, Krebs und Butter. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiner ist ein Befehl! Wer schickt sie? Das ist ein Befehl, die mein Befehl zu riedersetzen! Der Militär hat mich verlogen! Jeder hat mich verlogen, sogar die OSS! Die gesamte Generalität ist nichts weiter als ein Haufen niederprestiger, treuloser Feindlinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verblicken... Nichts als Feindlinge! Verreichter, Versager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheilig! Die Generalität ist doch geschmolz des deutschen Volkes! Sie ist ohne Ehre! Sie nennen sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademie zugebracht haben, nur um zu lernen, wie man Messer und Gabel hält! Jahrelang hat das Militärmöle Aktionen nur behindert! Es hat mich jeden nur als wittigen Widerstand in den Weg gelegt! Ich hätte gut daran getan, um Jahren alle höhere Offiziere liquidieren zu lassen, wie Stalin! Ich war nie auf einer Akademie! Und doch habe ich allein, allein auf mich gestellt! Ganze Robber erobert! Verräter! Von allem Anfang an bin ich so verraten und betrogen worden! Es wurde ein ungeheuer Verrat geübt am deutschen Volke! Aber alle dieser Verräter werden bezahlen! Mit ihrem eigenen Blut werden sie bezahlen! Sie werden es saufen in ihrem eigenen Blut! Sie werden es saufen in ihrem eigenen Blut! Bitte gerne! Jetzt beruhig dich doch! Nur der Befehl ist in den Wind gesprachen! Es ist unmöglich, unter diesen Umständen zu führen! Es ist aus! Der Krieg ist verloren! Aber wenn Sie, meine Herren, glauben, dass ich deswegen Berlin verlasse, irren Sie sich gewaltig! Eher jagge ich mir eine Kugel durch den Kopf! Tun Sie, was Sie wollen! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Und Sie werden es guter Ideen, in dem Sie wollen! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Und Sie werden es kämpft, 2017 Aber wenn Sie ihn lieben, Sie werden ihn verabschieden! Even though he's hard to understand And if you love him I'll be proud of him Cause after all he's just a man Stand by young man Give him two arms to cling to And something warm to come to When nights are cold and lonely Stand by young man And show the world you love him Keep giving all the love you can Stand by young man Stand by young man And show the world you love him Keep giving all the love you can Stand by young man Stand by young man Ja, 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 ja.